Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittag, der 28. Juni 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 149. Hier am Mikrofon der Martin Pogipsi-Rechsteiner und ich habe die folgenden Themen für euch bereit. Beginnend mit PostFinanzwerbung, Ubitricity, ich kann es nicht aussprechen, WhatsApp-Urteil, WhatsApp-Zurückrufen, Echo-Gegensprecherlage, Smartphone-Studie, EU-Rekordstrafe, Honor9, Facebook-Knackt, Facebook-Easter-Egg, Sensomotorik, Sensomotorik und Public Beta. Mein Gott, manchmal ist das Lesen schwierig. Aber ja, wir möchten es mal starten. Die Schweizer Post hat ja auch sowas mit Geld zu tun. Sprich, hat zwar keine richtige Banklizenz, aber versucht sich mit Geld hin und her und Kundenkonten usw. Apple Pay wird ja auch verweigert, an Twint rumgebastelt und immer wieder mal offline ist das Ganze auch. Jetzt ärgern sie die Kunden noch weiter, denn plötzlich streuen sie auch Werbung ein in der Finanz-App, sprich in da, wo eure Konten, die ganzen Batzeli draufliegen. Ja, sehr unschön und zeigt wieder mal, was eben die Postfinance drauf hat oder möchte. Zumindest mit Twint Daten sammeln, damit sie die nachher verkaufen können, sprich für die Werbung. Und dann kommt sowas dann auch in die App von den Konten. Ziemlich unschön. Aber ja, mal schauen, was das nächste ist. Vielleicht sind wir auch bald schon wieder offline. Aber ja, Ubitricity, Ubitricity, wie man das auch immer ausspricht, ist ein deutsches Start-up mit einer coolen Idee. Warum überall in der Stadt und auf dem Land solche komischen Ladestationen aufbauen, sprich den Boden aufreißen, Kabel verlegen etc. Das geht doch ganz einfach. Einfach an die Strassenlaternen andocken und schon kann man ein E-Bike oder besser gesagt ein E-Car laden. Eigentlich eine sehr coole Idee, wie sie es umsetzen auch. Mal schauen, wie schnell das geht und vor allem wie gut das dann auch angenommen wird. Nicht, dass dann plötzlich kreuz und quer in der Stadt solche Autos stehen. Aber ich denke, das kann man dann schon ein bisschen gezielter machen, indem man nicht gerade an jeder Laterne einen Pfosten ranmacht oder eine Steckdose, besser gesagt. Bei WhatsApp, die hatten wir ja gestern schon drin, gab es ein grösseres Urteil. Und ja, was ist rausgekommen? Das Nutzen von WhatsApp ist illegal. Zumindest in unseren Gefilden. Und deshalb könnte es nächstes zu einer Abmahnwelle kommen. Ob es kommen, ob es und wie es soweit kommt, könnt ihr nachlesen. Wir haben den Link bei uns in den Show Notes mit drin, rüber zu Mobile Geeks. Da steht das Ganze ziemlich ausführlich. Zum Nachlesen. Dann, im letzten Jahr schon angekündigt und jetzt kommt es endlich. Ein kleines, aber für den einen oder anderen vielleicht wichtiges Update, denn man kann jetzt Nachrichten zurückrufen. So nach dem Motto, ups, eigentlich hätte das nicht an die Person gehen sollen oder ups, hätte ich doch nicht sagen sollen. Sicherlich keine doofe Idee, solange das den ganzen Kontext nicht auseinanderreißt. Und ja, praktisch, updated, wenn ihr WhatsApp nutzt. Dann geht's weiter zu Amazon und den Echo-Geschichten, sprich dem Kleinen und den Großen. die bekommen nächstens ein Update. Anfang Juli soll es soweit sein. Kommt ein kleines Feature mit rein, was euer Echo in eine Gegensprechanlage umwandelt. Warum das? Eigentlich könnte man ja nur die API von diversen Übermittlungsdiensten wie Skype oder andere Voice-Chat-Dienste anzapfen und somit nutzen, aber nee, Amazon macht das schlau, nutzt eigene Geschichten, sprich auf dem eigenen Server, auf den eigenen Geräten und setzt das gleich selber um. So kann ich quasi meinen Kindern in die Küche was hochsagen, meiner Frau, wem auch immer oder umgekehrt kann man Dinge hinterlassen. Mal schauen, wie das angenommen wird, klingt auf jeden Fall spannend, die Geschichte. Wenn man nicht allein in einem Haus ist, sonst macht es weniger Sinn. Aber man kann, wie Amazon verlauten lassen hat, nicht nur im gleichen Haus, sondern man kann sich auch sonst verknüpfen. Also wir könnten sich mit der Großmutter oder mit der Mutter oder mit Freunden, Bekannten und so weiter verbinden. Studien, die sind immer wieder lustig und eine solche gibt es auch, nämlich Smartphones machen dumm. Sie machen auch unkonzentriert. Und noch viel schlimmer, sie tun es auch, wenn ihr sie nicht benutzt, also wenn sie nur so neben euch liegen. Weshalb das so ist und wie ihr das verhindern könnt, sprich, wie ihr trotz einem Smartphone konzentriert arbeiten könnt, auch das könnt ihr bei uns in den Show Notes nachlesen. Da haben wir einen Artikel von T3N verlinkt. Der eine oder andere Hörer vom Geek Talk News Podcast hat sicherlich mitbekommen vor zwei, drei oder vier Jahre her, keine Ahnung mehr genau, habe ich ein Projekt unterstützt, ein Tablet mit einem Jolla-Betriebssystem. Das Teil hat mich ja nicht erreicht und eigentlich sollte ich da mein Geld zurückbekommen. Problem ist nur, dass die keine Einnahmen haben. Jetzt ist es aber so, zumindest haben sie relativ vage verlauten lassen, dass wenn per Juli diesen Jahres Geld eintrifft in der Firma, auf welchen Wegen auch immer, werden sie das per Zufallsprinzip an die ganzen Investoren zurückbezahlen. Dann hoffe ich mal, dass der Zufall mit mir ist und vor allem hoffe ich noch mehr, dass die Jungs und Mädels endlich mal Geld verdienen. Und das möchten sie übrigens mit Lizenzgeschäften, sprich das Sailfish OS, ihr eigenes OS, was sie da entwickelt haben, für andere zu lizenzieren. Mal schauen, ich drücke Ihnen den Daumen. Eine grosse Klage gab es gegen Google, kommend von der EU, 2,42 Milliarden Euro ist das Ganze schwer, zu Recht und oder eben auch zu Unrecht. Also zum einen, ja, Google hat eine gewisse Marktmacht, aber unter anderem, was da so alles mit drin ist, ja, lässt sich drüber streiten, da gäbe es Geschickteres, was man an den Karren fahren kann. Mal schauen, das Ganze wird sicherlich weitergezogen und dann sehen wir, wo es hingeht damit. Gestern, oder war es, vorgestern, habe ich mich dazu gezwungen, fast nicht auf Facebook rumzutreiben, dann jeder Zweite meiner Freunde, zumindest diese Freunde, die Facebook mir deren Status angezeigt hat, haben was über Harry Potter, Gryffindor oder die anderen Puff, Huffelpuff und so weiter gepostet und da habt ihr sicher auch mitbekommen, wenn man da auf den Namen draufgeklickt hat, dann kam wie sagt man dem Zauberstab von unten hoch und es gab ein Feuerwerk, yippie aiei, schönes Easter Egg. Grund dahinter, ganz einfach, vor 20 Jahren wurde der erste Harry Potter ausgelegt. Mein Gott, wir werden alt, schon 20 Jahre ist es her. Für all diejenigen, die nicht warten können, im Herbst kommt ja iOS 11 für euer iPad, iPhone und die Apple Watch, sprich da ist es Watch OS und dann die Apple TV natürlich, aber die ganzen neuen Software kommen ja im Herbst, wer das jetzt trotzdem schon vorab testen möchte, beta.apple.com das Ganze ist jetzt öffentlich, sprich es kann ein jeder sich in Beta runterladen, installieren und nochmal ein bisschen rumspielen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Mädels, liebe Jungs, bitte macht vor, Backup und fragen, bitte macht das nicht auf eurem Produktivgerät. Es gibt ja so Spezialisten, die das tun, das muss wirklich nicht sein, denn ja, den ein oder andere Bug haben die ganzen Systeme und es ist nicht ohne Grund eine Beta-Software, sonst ja. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe es drauf auf einem älteren iPad und das macht schon recht Spass, also dieses neue OS auf dem iPad, ich freue mich auf den Herbst, auf jeden Fall. Was das erste Mal gab in diesem Zug, ist die Apple TV OS, also das OS für die Apple TV ist das erste Mal auch in der Beta veröffentlicht worden. Wer es also da ausprobieren möchte, der kann das jetzt auch, sprich das Ganze ist auch eine offene Beta und somit ist viel free und eben auf eigene Gefahr, macht ein Backup und denkt dran, zurückgehen ist nicht ganz so einfach machbar, sprich, tut es einfach nicht, wenn ihr unsicher seid und oder nicht ganz. Ja, tut es nicht, aber macht Backup, dennoch, könnte gut sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und ich freue mich wieder von euch zu hören, sprich, ihr dürft mich morgen wieder hören, Mittwoch ist soweit, besser gesagt Donnerstagmorgen ist soweit und ja, in diesem Sinne, euer Pokipsi, bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.